Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3. Beim letzten Mal sind wir hier in der wunderschönen Gegend Delen angekommen. Haben da mit Jenef ein bisschen geredet, unsere Hauptquests sozusagen aktualisiert. Jetzt stehen wir hier vor einem Deserteur-Camp, die möchte ich ausrotten. Das sind ein paar viele, wie mir gerade auffällt, aber ich gebe mal mein Bestes. Wir haben Sauber und wir haben eine Armbrust. Okay, das ist das Falsche, aber wir hatten das. Was? Das kannst du jetzt nicht tun. Wieso kann ich das jetzt nicht tun? Ich will die Deserteure angreifen. Na gut, jetzt kommen sie. Stufe 9. Einer nach der anderen. Das wäre schön. Was, Sohn einer Ziege? Au, der hat einen Pfeil. Das ist Schieß. So, immer mal ein bisschen. Ach, das eine ist der Anführer. Okay, ich glaube, die sind ein bisschen stark. Ich glaube, wir rennen mal. Geralt, willst du mal den loslassen? So. Oh, das war knapp. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht machen wir die doch noch nicht. Plötze? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie häufig das Spiel auch zwischenspeichert. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Taverne am Scheideweg. Das war ein schneller Besuch bei denen. Aber man muss wissen, wann man geschlagen ist, sage ich mal so. So, hier hängen wieder ein paar ab. Ist, glaube ich, nichts Ungewohntes mittlerweile für die Gegend. Ich habe mir kaum Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ob das hier ist. Ha, ich sage mal nichts. Ich sage mal nichts. Ist das das Dorf vom Anfang? Könnte, könnte, könnte sein. Ich muss mal ganz kurz nochmal bei dem Auto-Loot-Mod reinschauen. Irgendwie, entweder passt da was nicht zu Frequenz in Sekunden. Ja, ich will so schnell wie möglich. Darum wurde das geändert. Ist kein Wunder, dass er dann nichts mitnimmt. Wenn er nur alle fünf Sekunden die Sachen mitnimmt in dem Radius, der ja schon relativ klein ist, dann ist das kein Wunder. So müssen wir zumindest fast drüber reiten. Im meisten der Fälle funktioniert das hoffentlich. So, äh, da, Plötze. Bewegen sie sich. So, so macht es zumindest um einiges mehr Spaß, auch die ganzen Sachen zu suchen. Sonst wird das einfach nur Katastrophe. Oh, hier haben wir ein paar trunken, ne? Ich glaube, können wir, ja, nee, wir müssen hier runter. So, ich gehe mal kurz eins rüber, um erstmal ein bisschen Radius zu bekommen. Ich weiß ja, dass auch unsere Silberklinge ja, angekratzt ist, sagen wir es mal. So. Äh, beschädigte Gegenstände. Ja, das weiß ich. Habe ich schon gesagt. Ey, diese Art Begegner weichen aber echt gut aus. Au, 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 au. So, einer ist wieder weg. So, der letzte. Und da lebt er natürlich noch. Und dafür haben wir zweimal trunkenen Hirn bekommen. Ich schlage mich, glaube ich, nicht allzu gut. Möchte ich jetzt hier mal an der Stelle einfach mal in den Raum werfen. Aber wir haben noch gegrillte Hähnchen, äh, Hühnerbeine. Hm. Hm, ich rufe mal Plötze. Ist das hier der Ort, wo wir hin müssen? Ich hoffe es doch mal. Äh, ja. 50 Meter, das sieht gut aus. Was, die Schenkel? Guck erst mal an die Tate. Dann nehmen wir alles mit. Äh, Entschuldigung, von was reden Sie? Das ist korrekt. Das hier hat nichts mit dir zu tun. Könnt ihr durchlesen, wenn ihr wollt. Ich habe ihr gezeigt, alles nicht questrelevante werde ich nur so einblenden. Questrelevante Dinge werde ich auch, äh, vorlesen. Nun gut, wir gehen mal in die Schenke. Hallihallo, der Tavernwirt wird sicher etwas wissen. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Erwartest du Besuch? Äh, erwartest du jemanden? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Vodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapfer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuk endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Aber ab oder du stirbst. Ich bin ein Hexer. Etwas Schnaps. Ich bin ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühr ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Der ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Das machen wir doch gerne. Zumindest sind sie jetzt ruhig, nachdem wir das gesagt haben. Ich hoffe, wir haben dem ein bisschen geholfen. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Hm. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch ein bisschen mehr über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für ein Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke. Wirt. Hm. Die Nilfgaardische Verbindung. Ich merke mir euer Gesicht. Ähm. Ja. Leider gibt es hier keine. Ähm. Klötze. Möchtest du mir was sagen? Irgendwie. Na gut. Let's go. Manchmal dieses Pferd. Äh. Na. Komm. Hier. Sehr schön. Ich schwöre, war im Grab meines Kindes. Hier. Ist das. Danke. Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Los. Los. Hm. Wir behandeln die nicht so gut, habe ich das Gefühl. Naja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen... Oh. Hier haben wir eine Quest. Die Stufe 33. Sprich mit Bruno. Okay. Das ist ein bisschen weit. Äh. Hier haben wir sprich mit Stufe 7. Was sind wir? Stufe 3. Joa. Äh. Quest. Ne. Lass mich. Ja, ja. Hilfgardische Verbindung und so ist Stufe 5. Das sind wir auch noch nicht. Ähm. Ich würde hier einen Charakter. Können wir was leveln? Ja. Verfügbarer... Oh. Nein. Das wollte ich gar nicht. So. Auf jeden Fall rein. Und dann haben wir hier drüben noch etwas. Mutagene. Stimmt. Die Dinger wurden uns noch nicht erklärt. Plus Vitalität. Ja, ja. Wir brauchen immer das passende Mutagen. Jetzt haben wir zumindest plus 50 Vitalität. Ich nehme mal, äh... Igni, gell? Was? Rüstungsschmelze. Schaden durch Igni. Ja. Hallo? Äh. Fähigkeit erwerben. Ja. Und dann fügen wir die da rein. Sehr schön. Laufplätze. Gut. Wir sind fast voll mit dem Leben. Ich esse mal was, damit wir hoffentlich dann voll sind. Und hier ist ein Sumpf oder irgendwas in der Art. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Ort, wo ich gerne ein bisschen länger verweilen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber es sieht zumindest safe aus. Für den Moment. Was haben wir hier? Leute, die erstmal spawnen. Schon von den Kanten schwarzen gehört, die nach Temerien geschenkt werden. Damit mein Mann sich von hier fern hält. Es wird auch keine Quest-Dauern gezeigt, daher denke ich mal. Und wenn sich die große Funster nicht erraten, wo die Götter werden das nicht umgesehen lassen. Du wirst gegen Bruder kämpfen. Das wird wahrscheinlich einfach nur so ein zufälliges Event sein, was keine Bedeutung hat, um der Welt ein bisschen mehr Einfluss zu geben. Oder eine gewisse Art von, ja, Immersion. Ich möchte das Ganze erzählen. Oh, ich glaube, das ist der Ort, wo ich vorhin dachte, ich sag mal nix. Also vorhin, das war für euch in der letzten Folge. Aber schön sieht sie aus. Oder war das der Ort? Es war so ein ähnlicher Ort. Zumindest ein Ort mit dieser Art von Design, irgendeinem Hügel. Wir schauen mal hier in das Winterdorf, wo noch Schnee liegt. Ich hätte auch gern ein bisschen Schnee. Kann man tauschen. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Oh, da ist irgendwas auf der Karte. Oh, Hunde. Hallo, bis zu Hendrik. So, oh, greift doch nicht an. Schon, dass erst mal Musik dabei spielt. So. Wieder auffüllen von Gegenständen. Öl, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorratte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen all deiner alchemistischen Gegenstände genutzt. Wo ist Fleisch? Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Herr, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir mehr. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich gehe." Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Die wilde Jagd hat ganz schön Terror hier verursacht. Man sieht, teilweise ist der Schnee schon wieder geschmolzen. Aber nicht ganz. Bedeutet wahrscheinlich auch, dass es noch nicht so lange her ist. Nur was wollten sie von ihm und warum haben sie die anderen umgebracht, wenn er doch schon hier tot ist? Ein paar konnten ja fliehen. Die haben nicht wirklich... Es wirkte nicht so, als wollten sie sie unbedingt töten, damit keine Leute mehr davon Bescheid wissen. Und wie konnte er überleben? Fragen über Fragen. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen. Vielleicht etwas in der Jacke. Hat er was in den Stiefeln versteckt? Das halte ich für am realistischsten. Deswegen nehme ich erstmal das. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sich jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Schlechte Idee. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Ja gut, dann tippe ich mal drauf, dass es etwas in den Stiefeln sein muss. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ich habe da noch schon was gesehen. Mit den Hexersinnen. Aber als ob das der wilden Jagd nicht aufgefallen wäre. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter dem Trimmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Naja. Das könnte die wilde Jagd auch einfach aufbrechen. Okay, wir sind fast tot auch. Da müssen wir mal hier vielleicht was essen. Äh, hier haben wir ein Bild. Er vermisst Tamara Stranger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für diejenigen, der, äh, für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Mhm. Blutiger Baron. Wenn wir deine Tochter sehen, würde ich sagen, gehen wir da hin. Das schimmert aber ziemlich stark. Ähm. Hier können wir erstmal Licht anmachen. Und hier ist soweit nichts. Wir haben noch die Fackel. Interessant. Ist schon offen. Das ist kein gutes Zeichen. Naja, haben wir trotzdem was da drin anscheinend. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Arschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Ich denke mal, das Subjekt damit ist Siri gemeint, oder? Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Romen, sagen die Bauern. Das sollte erst mal uns einen Anhaltspunkt geben. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis. Der Baron und eine Hexe. Verdammt. Naja, ist zumindest mehr als nix. Wäre es jetzt gar nix, könnte Geralt wirklich sagen, verdammt. Aber ich finde so, kann er doch nicht meckern. Auch wenn dafür leider dieser Typ sein Leben lassen musste. So, ich denke hier in dem ganzen Dorf wird es nichts nützliches geben. Die Nilfgaardische Verbindung. Begib dich zur Burg des Barons. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich. Weil, da gibt es, ohne jetzt viel zu spoilern, eine Möglichkeit, wo wir unsere Schwerter reparieren können. Daher, äh, gar nicht so eine dumme Idee. Ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt wo ich da gerade hier nochmal in die Spiele ja rein spiele, dass diese Idee mit diesen zerbrochenen Schwertern... Ja, nee, ich glaube schon vorher war bekannt, dass Zelda Breath of the Wild so eine Mechanik nutzt, oder? Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, von da wäre es gut... Oh, hier haben wir ein paar Bandit-Deserteure schon wieder. Ich guck mal. Vielleicht kriegen wir ja welche mit. So. Dieser Armbuss-Schütze ist halt... Oh Gott. Das war lucky. Ja, möchtest du? Hey. Nichts gegen mich. Au, da war der Pfeil, glaube ich, noch die annehmlichste Sache. So, der hat seinen Arm verloren. Das tut mir natürlich leid. Lass mich nicht zu Atem kommen. Ich lass dich nicht zu Atem kommen. Das können wir gern machen. Au. Das ist jetzt blöd. Oh, das gefällt mir. So. Erstmal den hier. Ich möchte keinen weiteren Pfeil Schuss in mir drin haben. Und das war's mit dir. Oh Gott. Ich will jetzt nicht versuchen zu kontern, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. So, da haben wir ein bisschen was bekommen. Was haben wir denn hier? Äh, aufnehmen. Nehmen wir erstmal... Schön. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, gehärtetes Leder. Ich guck mich immer trotzdem nochmal mit den Hexersinnen um. Vielleicht gibt es ja etwas, was nicht automatisch gelootet wird. Ah, das sieht soweit ganz gut aus. Und auf der Karte ist auch nichts mehr verzeichnet. So, jetzt haben wir nur noch hohes Fleisch zu essen. Ja, die ist jetzt nicht so das Wahre. Aber ich hoffe einfach mal, wir looten noch ein bisschen was. Vor allem was essbar. So ist's gut. War da gerade ein Grafik-Bug? Die Pflanze sah ganz komisch aus. Naja, wir schauen mal. Äh, wir stecken mal die Waffe weg. Jetzt sind sogar beide Waffen angekratzt. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich glaube, da drin können... Ja, natürlich können wir da drin auch verkaufen. Ist ja eine große Stadt. Oh, ich erinnere mich hier an eine Quest in der Umgebung. Die gibt's in, glaube ich, mehreren Stufen. Aber das dann zu gegebener Zeit. So, Hallöchen. Wir sagen mal Hallo. Hallo. Okay. Dann gehen wir mal in die Stadt. Anscheinend möchte uns keiner aufhalten. Das sind gastfreundliche Menschen, wie man mitbekommt. Sind auf jeden Fall ganz glücklich. Sch-Sch-Sch-Sch-Schwebe. Mein Mann hat doch einen tollen Posten. Was? Nicht übel. Ist das ihr Mann? Wie wär's mit einem Kug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Hm, zeig doch mal. Zeig mir deine Waren. Wir könnten ein bisschen Nahrung... Oh, wir haben einiges an Waffen. Okay, und anscheinend sorgt der Mod dafür, dass wir kein Gewicht verbrauchen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme es mal mit, würde ich sagen. Hm, haben wir hier irgendwas? Wir könnten das... Wir nehmen mal das, würde ich sagen. Wie viel Geld haben wir? 900. Dann für 5 Schnaps aber so viel auszugeben? Ich weiß ja nicht. Hier haben wir ein paar Eventkarten. Ich lasse es mal. Ich hoffe, es gibt irgendwie so eine Art Hotelzimmer. Das weiß ich gar nicht mehr, wo man... sich wieder auffüllen kann mit Leben. Wenn man angeschlagen ist. So, Hallöchen. Das scheint die Tochter zu sein. Das ist bei uns. Und dann schauen wir mal nach da oben. Die Leute sehen nicht so glücklich aus und sehen vor allem nicht aus, als möchten sie mich durchlassen. Hallo, ich bin's, ein Hexer. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Serro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Hab ich. Hat mich hierhin geführt. Gute Antwort, Geralt. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor. Feldwebel. Ardal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Na gut, folgen wir dem Ganzen mal. Blutiger Baron. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein themerischer Soldat? Geht dich nichts an. Oh, gastfreundlich. Die themerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegen. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Na gut, hier können wir mal Sachen kaufen und verkaufen. Ich kann mich helfen. Hast du Angebote? Kannst du Rüstung für mich anfertigen? Das ist auch interessant. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Das bedeutet, das ist der Erste, der uns selbst hergestellte Sachen machen kann. So minus, minus, plus Beil. Kann man mal plus 18. Tschüss. Minus 6. Ist genauso stark dann weg. Plus 10. Plus 10. Minus 2. Dann können die beiden aber weg. Warte mal. 69. Ja, dann kannst du weg. Das können wir erstmal lassen. Äh, weg. Das hier ist unsere Anfangsrüstung. Halt kein Moin-Rüstung. Ich glaub, die ist besonders. Die lassen wir mal. Lassen wir mal. Minus. Ach, das sind die eleganten. Das sind sich selben. Okay, das heißt, da reicht ein paar genauso wie ein paar von der Rose. Kann ich's für den Preis noch zurückkaufen? 135, ne. Gut, dann halt nicht. 18. Jägerhandschuhe. Und dann haben wir noch die. Ich bräuchte einmal ein Waffen-Reparatur-Kit. Hier haben wir coole Sachen zum, äh, machen. Rüstungs-Reparatur-Kit. Hier repariere ich meine Waffen nochmal. Hier gab's noch einen Punkt. Ich guck mal kurz. Äh, Handwerk reparieren. Ah ja. Äh, für 55, ja, müssen wir ja. Und für, äh, teuer das Ganze. Aber okay. Äh, Handwerk. Damit kann er uns jetzt Sachen herstellen. Wir haben Oberkörper. Was ist denn das für eine Rüstung? Kriegslederjacke. Die ist besser auf jeden Fall. Weil ich weiß gar nicht, zu was für ein Set die gehört. Wir haben doch einmal was von irgendeinem Set gefunden. Ich dachte, das waren... Ach, guck mal, das ist diese bayerische Hose, wo ich dachte, also das Ding ist auf jeden Fall stark. Können wir da die Sachen herstellen? Zutaten fehlen. Ich kann die auch nicht herstellen, oder? Irgendwie fehlt jetzt die Musik. Ja, kaufen will ich sie jetzt aber nicht. Das wären ja... 32, 4. Gut, das geht noch. 8 und 63. Gut, das Ding kostet genauso viel. Aber wir hätten eine gute Rüstung. Ah, ne. Wie wär's denn mit der, wo wir herstellen können? Gämmor herrüsten. Ah, dafür können wir die noch benutzen. Dann würd ich sagen, machen wir das mal. Ja. Machen wir mal was hergelegt... Äh, hergestellt. Oh, wir können Sachen auch verwerten. Aber Schwerter kannst du jetzt nicht herstellen. Da müssen wir einen Waffenschmied anscheinend. Ja, ja. Ähm, da müssen wir einen Waffenschmied wohl aufsuchen. So, mal wieder eine gute Rüstung anlegen. Ah, die sieht schön aus. So, wie ich es mag. Professionell. Er stinkt wie eine Nilfgaardsche Leiche. Warte noch. Entschuldigung. Nun gut. Dann, wir müssen wahrscheinlich in dieses... ...wunderschöne Gebäude. Ist das der Waffen? Ne, warte mal. Hier ist der Mann des Barons. Du bist dein Waffenschmied, oder? Ja, warte mal. Wer ist denn der Waffenschmied von euch? Hundetal. Okay, keiner von denen. Aber ich glaube, nur weil er nicht... ...da da ist. Wahrscheinlich kann man hier irgendwo auch... ...auch Waffen schmieden. Aber naja. Jetzt nicht. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Beim nächsten Mal werden wir mit dem blutigen Baron wahrscheinlich reden. Und vielleicht erzählt er uns etwas über seine Tochter. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. ot 190 pivot zu BMACP, jhlhkjhlbmn'. Für die balloons gerade erstmal. Bis dahin,Intel urgency. Bis dahin,略h an 1976- sagten Neh burst. aus Hamburg, bis dahin, bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020